Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. In dem heutigen Video besprechen wir die aktuelle Bitcoin meiner Kapitulation sowie den Bitcoin-Hash-Ribbon-Indikator. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Bevor wir mit dem heutigen Video beginnen, möchte ich mich daran erinnern, dass wir zurzeit zwei neue Events auf Bybit haben. Ihr könnt insgesamt 1610 Dollar als Einzahlungsbonus erhalten. Den Link zu all diesen Seiten, wo ihr euch nochmal in Ruhe die Events anschauen könnt, werde ich unter den Videos in einem Kommentar anpinnen. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Tagesschart und hier seht ihr auch schon den Hash-Ribbon-Indikator, den wir in diesem Video besprechen. Wie ihr wisst, haben wir momentan die Situation, dass in China hier die Miner abgeschaltet werden. Diese verlassen ja China, ziehen zum größten Teil nach Nordamerika, beispielsweise nach Kanada, nach Texas und auch einige nach Kasachstan. Zudem entstehen ja momentan neue Miner hier noch in El Salvador. Hier auf dem Foto seht ihr jetzt die verschiedenen Bitcoin-Mining-Rigs, die eben hier verpackt werden, um sie dann eben aus China zu versenden zu den neuen Bitcoin-Mining-Standorten. Wir seht, sind das hier wirklich schon gewaltige Mengen. Wir haben ja in dem vergangenen Video schon besprochen, dass drei Tonnen an Gewicht, also von diesen Bitcoin-Mining-Rigs hier, verschickt wurden. Also sind hier wirklich schon gigantische Mengen. Und man muss sich überlegen, diese Miner waren hier vorher am Netz, um aktiv Bitcoin zu minen. Und seitdem eben diese Rigs jetzt hier abgeschaltet wurden, um sie eben dann aus China rauszusenden, ist die Bitcoin-Hashrate massiv eingefallen. Das seht ihr nochmal hier. Ihr seht hier die Total-Hashrate. Und wie ihr seht, sind wir jetzt hier schon seitdem die China-Miner hier zumachen. Unter die vorherigen zwei Tiefs gefallen. Ihr seht, die Hashrate ist jetzt tiefer als noch im November 2200, also wirklich hier schon ein massiver Einbruch. Und genau auf eine solche Situation, also dass hier die Miner kapitulieren, genau darauf ist dieser Indikator, also der Bitcoin-Hash-Ribbons-Indikator, ausgebaut. Denn dieser verwendet die Situation, also die Aktivität der Hash-Ribbons, um daraus profitable Kaufsignale zu generieren. Ihr seht es, wir erhalten hier unten dann Beisignale. Diese sind sehr selten. Und wir haben jetzt hier Signale von knapp 10 Jahren. Und der duschende Anstieg nach einem solchen Kaufsignal waren 500%. Also ihr seht, das ist hier wirklich ein seltenes Kaufsignal, aber dann auch immer ein extrem profitables Kaufsignal. Darauf, wenn wir jetzt noch nachher eingehen, wir schauen uns hier die Kaufsignale im Detail an und auch die Performance nach dem Kaufsignal. Aber zuvor besprechen wir noch ganz genau, wie dieser Hash-Ribbons-Indikator aufgebaut ist. Okay, besprechen wir jetzt, wie der Hash-Ribbons-Indikator funktioniert. Zuvor müssen wir hier noch ein paar Grundlagen besprechen, denn was ist denn überhaupt die Hashrate? Die Hashrate ist im Endeffekt einfach nur die Rechenleistung, die alle Miner insgesamt erbringen. Und hier gibt es im Endeffekt eine ganz leichte Regel. Immer wenn der Bitcoin-Preis extrem hoch ist, ist es sehr attraktiv, Bitcoin zu minen, da man ja dann einen hohen Gewinn hat, wenn man ihn berechnet, was kostet, einen Bitcoin herzustellen. Und was ist ein Bitcoin wert, wenn wir dann beispielsweise bei 60.000 Dollar sind. Dann ist es natürlich sehr attraktiv zu minen, da man immer eine sehr hohe Gewinnrate hat. Wenn dann allerdings der Preis extrem stark fällt, dann wird es unattraktiver zu minen, da dann eben der Erlös zwischen der Kosten der Erzeugung eines Bitcoins und dem Erlös des Bitcoins sehr gering sind. Somit hat man dann keinen großen Anreiz zu minen. Und dann fällt eben mit dem Bitcoin-Preis auch meistens die Hashrate insgesamt sehr stark ab. Im Endeffekt kann man sich hier einfach nur zwei Regel merken. Haben wir einen hohen Bitcoin-Preis, gibt es einen hohen Anreiz und einen hohen Wettbewerb im Markt, um zu minen. Haben wir einen geringen Bitcoin-Preis, gibt es eben hier einen geringen Gewinn und somit auch einen geringen Anreiz bzw. Wettbewerb zu minen. Wie wir aktuell sehen, ist ja die Hashrate sehr stark eingefallen. Denn eben aufgrund, dass eben wir eine 50% Korrektur hatten, aber auch die Miner in China verbannt wurden, ihr seht, die Hashrate ist ja sehr stark abgefallen. Und dann gibt es eben noch die Mining-Difficulty, die sagt einfach nur, wie viel Rationleistung muss aufgebracht werden, um einen einzelnen Block zu finden. Wenn die Hashrate sehr hoch ist, ist auch gleichzeitig die Difficulty sehr hoch, dann ist es eben schwer, einen Block zu finden. Und dann ist das Minen eben für Privatpersonen oder für kleinere Miner sehr unattraktiv. Und wenn dann eben die Hashrate nochmal sehr stark abfällt, dann fällt auch die Difficulty ab. Dann heißt es also, dass man weniger Rationpower braucht, um einen einzelnen Block zu finden. Dann wird auch für kleinere Miner nochmal das Minen attraktiver. Und somit seht ihr einfach, dass hier das Bitcoin-Netzwerk eben ein sich perfekt selbstregulierender Kreislauf ist, was eben das Netzwerk so perfekt macht. Okay, nachdem wir jetzt die Grundlagen des Bitcoin-Minings verstanden haben, gehen wir jetzt hier ganz genau noch auf den Indikator ein. Bei diesem Indikator, also bei den Hashwippens, gibt es drei verschiedene Signale. Als erstes Signal haben wir die Miner-Kapitulationen. Das bedeutet also, dass eben die Bitcoin-Hashrate sehr stark abfällt. Das hat damit eben zu tun, dass das Minen unattraktiv wird, da eben auch der Preis gefallen ist. Und somit geben die Miner dann auf, also sie kapitulieren. Dann gibt es hier das zweite Signal. Das taucht auf, wenn die Hashrate sich nochmal erholt und langsam ansteigt. Und dann kommt das dritte Signal, das ist das Kaufsignal. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo der Preis sich nochmal erholt. Insgesamt wird das hier durchgeführt durch zwei Moving Averages der Hashrate. Wir haben die 30-Tage-Moving Average der Hashrate und die 60-Tage-Durchschnittslinie der Hashrate. Und wenn jetzt die 30-Tage-Moving Average hier der Hashrate die 60er von oben, also bearish, schneidet, dann bekommen wir die Miner-Kapitulation. Wenn dann nochmal die 30-Tage-Durchschnittslinie die 60er von unten schneidet, dann haben wir das zweite Signal. Das heißt dann hier nochmal die Erholung der Miner. Und wenn dann der 10-Tage-Durchschnittspreis von Bitcoin über den 20-Tage-Durchschnittspreis steigt, dann bekommen wir das Kaufsignal. Das seht ihr hier unten nochmal sehr einfach zusammengestellt. Ihr seht hier Miner-Kapitulation. Die 30-Tage-Moving Average fällt unter die 60-Tage-Moving Average. Dann der zweite Punkt, das Ende meiner Kapitulation. Das ist dann, wenn die 30-Tage-Moving Average nochmal über die 60er steigt. Und dann das Bitcoin-Kaufsignal, wenn hier der 10-Tage-Durchschnittspreis von Bitcoin über den 20-Tage-Durchschnittspreis nochmal steigt. Nachdem wir jetzt verstanden haben, wie die Hash-Ribbons hier funktionieren, also dieser Indikator, schauen wir uns hier die aktuelle Lage auf dem Bitcoin-Tagesschart an. Und wie ihr seht, befinden wir uns hier noch aktuell in der Bitcoin-Meiner-Kapitulation. Das wird dadurch dargestellt, dass ihr hier seht, dass die 30er Moving Average unter die 60er Moving Average gefallen ist. Wir haben also hier den bärischen Schnitt, die Miner-Kapitulation. Und dann seht ihr eben, wer das hier rot dargestellt. Wenn wir dann das zweite Signal erhalten, sehen wir hier mehrere grüne Punkte hintereinander. Und wenn dann der 10-Tage-Durchschnittspreis von Bitcoin über den 20-Tage-Durchschnittspreis von Bitcoin steigt, dann erhalten wir hier solch einen blauen Punkt. Das ist dann das Kaufsignal. Wie ihr seht, haben wir diesen aktuell aber noch nicht. Wir befinden uns noch in der Kapitulationsphase. Dieser Indikator ist daraus aufgerichtet, um den lokalen Boden nach einer Mining-Kapitulation aufzuzeigen und somit dann ein profitables Bitcoin-Kaufsignal zu generieren. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die historische Performance der letzten Signale an. Da sehen wir hier das letzte Kaufsignal. Das war hier ungefähr bei 16.000 Dollar. Und ihr seht, wir hatten daraufhin hier den Anstieg auf 64.000 Dollar. Also hier knapp ein 300% Anstieg. Also wirklich schon ein sehr profitables Kaufsignal. Schauen wir uns noch weitere Signale an. Da seht ihr, das letzte, was wir hier hatten, war ungefähr bei 8.900 Dollar. Und daraufhin, wenn wir jetzt mal schauen, bis zu dem nächsten Kaufsignal, hatten wir hier einen Anstieg von 120% bis zum Top, einen Anstieg von 611%. Zuvor hatten wir hier eben im März 2020 die Kapitulation. Wir sind hier in der Spitze runtergefallen auf 4.000 Dollar. Auf keine Close-Basis, ca. 5.000 Dollar. Und ihr seht, das Kaufsignal hat man hier bekommen bei ungefähr 6.700 Dollar. Also auch noch ein gutes Signal. Wenn wir uns dann anschauen, hier bis zu dem nächsten Kaufsignal, hatten wir einen Anstieg von 73%. Wer sehr diszipliniert war, damals gekauft hat und etwas länger gehalten hat, hier knapp über ein Jahr, hat dann hier bis zum Top einen Anstieg von 824% gehabt. Das waren jetzt hier alle Kaufsignale, die wir bisher in diesem Boulevard generiert haben. Und die waren alle hier sehr, sehr profitabel. Schauen wir uns noch weitere Signale an. Da seht ihr zum Beispiel, dass wir hier ein Signal hatten hier im Dezember 2019. Und hier seht ihr wirklich, hatten wir hier einen sehr starken Ausverkauf. Runter von ca. 13.000 Dollar bis hier runter auf 6.500 Dollar. Und ihr seht wirklich, hier hat der Indikator perfekt hier diese Bodenbildung erwischt. Also mit diesem Indikator hier ganz genau den Boden erwischt. Und hier gab es dann auch einen Anstieg von immerhin 53%. Also hier von knapp 6.800 Dollar hoch auf 10.000 Dollar. Also auch hier wirklich für einen geringen Hebel eine sehr gute Möglichkeit, um einen Low-Leverage-Long-Trade zu eröffnen oder auch ohne Hebel hier unten einkaufen und dann nochmal nach einem Anstieg einfach stufenweise aussteigen. Schauen wir uns noch weitere Signale an. Und hier seht ihr auch, dass wir ganz genau den Boden hier erwischt haben bei ca. 3.200 bis 4.000 Dollar. Das war hier ganz genau der Boden, nachdem wir hier ein Jahr Bärenmarkt hatten. Also hier von 20.000 Dollar runter, ihr seht, hier hatten wir dann auch die Bodenbildung. Und genau hier hatten wir das Kaufsignal. Und hier seht ihr einfach wirklich, was die Stärke dieses Indikators ist. Er ist einfach ein perfekter Bodenindikator. Er ist darauf ausgerichtet, den Boden nach einer Kapitulation der Bitcoin-Miner zu erwischen. Und ihr seht auch, wer denn hier bei dem Kaufsignal eingestiegen ist. Wer bei 3.400 Dollar eingestiegen ist. Und ihr seht, daraufhin kam hier ein Anstieg von knapp 300%. Also ihr seht, das ist hier wirklich ein mächtiges Tool. Aber ihr seht auch, dass diese Signale sehr, sehr selten sind. Und wenn man hier ein Kaufsignal bekommt, hat das hier schon etwas zu heißen. Und ihr seht auch, wir hatten hier das letzte Signal noch. Auch nochmal nach einem knapp 1 Jahren Bärenmarkt. Und ihr seht, hier hatten wir dann wirklich das Kaufsignal. Das war extrem mächtig bei 580 Dollar. Und dann schaut euch mal wirklich an, was hier gefolgt ist. Daraufhin kam hier der gesamte Bullbahn hoch bis auf 20.000 Dollar. Das war hier, also da muss ich etwas hoch schauen. Das war hier also ein Anstieg, wenn wir das nochmal abmessen, von knapp 3.500%. Einfach nur mit diesem Decatur, seht ihr, hat man hier perfekt den Boden nochmal erwischt. Ihr seht hier nochmal ein Kaufsignal. Das ist jetzt hier von 2013. Das war hier noch bei 17 Dollar der Bitcoin. Daraufhin sind wir angestiegen auf ca. 262 Dollar. Also hier ein Anstieg auch nochmal von 1.357%. Und ihr seht zuvor hier noch ein Kaufsignal, auch nochmal ungefähr bei 5 Dollar. Hier kam der Anstieg dann hoch bis auf 15 Dollar. Also auch ein Anstieg knapp von 200%. Also ihr seht, wir hatten hier noch nicht sehr viele Kaufsignale. Aber wenn immer diese Kaufsignale hatten, hatten wir in der Regel danach einen sehr starken Anstieg. Die Sache, die man einfach hier nur bei dem Indikator beobachten muss und beachten muss, ist eben, dass dieser ein langfristiger Indikator ist. Das heißt also, man muss hier schon diszipliniert sein. Wenn man dann kauft, sollte man nicht mit dem extremen Anstieg in dem nächsten Tag oder in der nächsten Woche rechnen. Sondern es ist hier wirklich ein Indikator über mehrere Wochen bis sogar Monate. Das ist eben wichtig, dass man das hier beachten muss. Das ist kein kurzfristiger Indikator. Das ist ein sehr langfristiger Indikator. Aber das ist eben auch die Stärke bei diesem Indikator. Denn man kann hier dann einfach einen perfekten langfristigen Low-Leverage-Trade mitnehmen. Und genau das ist auch meine Strategie. Wenn wir hier dieses Kaufsignal bekommen werden, werde ich einfach einen Low-Leverage-Bitcoin-Long-Trade eröffnen. Vielleicht wirklich nur mit einem Zweierhebel, aber am Anfang vielleicht sogar ohne Hebel. Und wenn dann mein Trade schon relativ stark im Gewinn ist, werde ich meinen Surplus einfach auf Break-Even ziehen. Dann den Hebel erhöhen und dann einfach meine Position laufen lassen. Und wenn hier sich die historische Performance nochmal wiederholt, sollte man damit rechnen können, dass man hier dann wirklich einen sehr, sehr starken, profitablen Trade ausführen kann. Was man aber auch beachten sollte, ist natürlich, dass eine vergangene Performance keine Garantie ist für eine zukünftige Performance. Ihr habt jetzt hier wirklich sehr viele Kaufsignale gesehen. Die waren in der Regel immer bisher sehr profitabel. Aber wie gesagt, das ist keine Garantie, dass es auch dieses Mal so ist. Vielleicht ist es diesmal einfach als das erste Signal, was daneben geht. Vielleicht fallen mir danach 50% und das Kaufsignal war absolut unbrauchbar. Meiner Meinung nach extrem unwahrscheinlich, aber man kann eben niemals einen Gewinn garantieren. Das ist höchst unseriös. Und aus diesem Grund würde ich auch eben, wie bei jedem Trade, hier jetzt natürlich nicht mit dem gesamten Kapital all in gehen. Wie ich es ja immer sage, erstens, die größte Position, die ihr habt, sollte einfach nur ein Hotel-Portfolio sein, die ihr niemals anfasst und dort einfach nur Dollar-Course-Aversion betreibt. Das ist das, was ich auf jeden Fall machen würde. Und dann habt ihr eben euer Trading-Portfolio, was bei mir jetzt 30% ausmacht. Und dort werde ich natürlich auch nicht die gesamten 30% tun und damit all in in den Trade gehen. Dort werde ich natürlich dann auch eine mittelgroße Position aufbauen. Die werden vielleicht 5% von meinem Trading-Portfolio sein oder vielleicht auch nur 3% von meinem Trading-Portfolio. Und die werde ich dann gehebelt einsetzen. Also hier wirklich nochmal auf Nummer sicher gehen. Nicht jetzt hier all in gehen, nur wegen diesem Signal. Wie gesagt, eine vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Wir haben uns hier die Kaufsignale angeschaut. Die waren bisher sehr, sehr profitabel. Aber das ist keine Garantie, dass ich dies wiederholen muss. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.